hallo youtube was geht ab ja wie der titel schon sagt schneller als tankverbot und reingehauen hier bei mir die neue gratis ausgabe der halloween fanta tata hier ist sie ja design schaut schon mal ganz giftig aus die farbe erinnert er an cola ja schön dass ich ja so schön drin spiegelt ja noch ist sie gekühlt ich denke solche dinger sollte man immer gekühlt trinken von daher ja deine pause bis gleich ja und hier ist das ding ja ihr seid dabei wie ihr seht beim allerersten schluck ich habe es gerade mal geöffnet handy halten und ding gehalten ist ein bisschen viel macht es ja das erste mal wie ihr vielleicht merkt von daher prost also ehrlich gesagt kennt ihr das wenn ihr spezi gemischt habt also mezzomix wie es auch immer heißt cola orange und es steht ein zwei drei stunden dann könnt ihr genau nachvollziehen wie diese halloween fanda schmeckt also das grausliche ist nicht nur das design sondern auch der geschmack ich gibt dem ganzen ding ja eine muss mehr geben von 20 punkten damit auch wirklich wenig ist und ja bin hier raus ciao ciao